Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von AdaMotors. Ihr seht schon neben mir eine Trackster in einem etwas außergewöhnlichen Umbau. Ganz vorne auf der Motorhaube sieht man es auch schon ganz groß. Der Feuerwehrschriftzug auch unscheinbar zu erkennen durch das ganze Rot. Aber ich wollte euch jetzt gar nicht so viel vorweg nehmen. Wir gehen auf jedes Detail bei diesem Video einmal ein und wie ganz gewohnt fangen wir einmal vorne an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Grundmodell ist eine Trackster HD 10XU Pro. Wie ihr alle wisst, pro langer Radstand, lange Ladefläche, viel Stauraummöglichkeiten. Das ganze natürlich eingetragen als Dreisitzer. Fahrzeug wurde natürlich auf Kundenwunsch speziell umgebaut. Wir haben hier vorne einmal normalerweise die Tundra Green Verkleidung. Passt jetzt nicht ganz zu einer Feuerwehr. Deswegen haben wir sie lackieren lassen in dem Feuerwehrrot. RAL3000 wäre auch hier dementsprechend der Farbcode. Der Feuerwehrschriftzug hier oben auf der Motorhaube, sagen wir mal, ist einmal foliert. Und ja, dann gehen wir auch schon an das Zubehör, was der Kunde speziell einmal gewünscht hat. Wir haben hier oben einmal die Suchscheinwerfer, wo wir auch dementsprechend über diese Flügelschraube hier lösen können und dann hier auch wirklich, wie es sich das Ganze nennt, suchen können. Einmal auf der Beifahrerseite und natürlich auf der Fahrerseite auch. Das Ganze natürlich irgendwo ein bisschen gespiegelt. Weiter haben wir hier einmal den Rammschutz, den Eckenschutz, wo das ganze Fahrzeug natürlich in der Front erstmal in der Linie schützt. Die Scheinwerfer sind geschützt. Die drei Haubenverkleidungsteile natürlich hier auch ein bisschen gesaved unterwegs, sage ich jetzt einfach mal. Der Rammschutz hier vorne darf natürlich nicht fehlen, muss auch in Kombination verbaut werden. Sprich, der Eckenschutz geht wirklich nur, wenn ein Rammschutz am Fahrzeug verbaut ist. Dann haben wir hier vorne einmal links und natürlich auch rechts einmal die Blitzanlage für die Blaulichtanlage, die sich natürlich auch auf dem Dach befindet. Einmal das große Martinshorn, eine Zusatzbeleuchtung von der Firma Osram und natürlich, was bei der Feuerwehr nicht fehlen darf, die Seilwinde 4500er mit einem Stahlseil. Wir haben hier bei der Feuerwehr einmal auch die neue Kabinenvariante verbaut. Bedeutet das Ganze auch ein bisschen schmaler, die Tür. Bedeutet aber nicht, dass sie weniger isoliert ist. Auch diese Kabinenvariante ist doppelt isoliert. Vorteil hier wirklich ein sehr großer Fensterbereich und die Türpaneele hier sind farblich wählbar. In Rot gibt es es leider nicht, deswegen haben wir hier auch die grüne Variante genommen und das Ganze eben auch in RAL 3000 einmal lackieren lassen. Ansonsten befindet sich die Tür eigentlich in einem Serienzustand. Ihr seht jetzt hier nochmal überall die Aufkleber. Das ist einmal reflektierende Folie. Ist ja bei der Feuerwehr vorgeschrieben, dass sie auch bei Nacht gut gesehen werden. Sollte zumindest so sein. Genauso haben wir sie hier vorne am vorderen seitlichen Karosserieschutz einmal beklebt, dass es auch von der Seite und auch von schräg vorne sehr gut sichtbar ist. Vorderer seitlicher Karosserieschutz funktioniert natürlich auch nur in Kombination mit Schwellerschutz und dem Eckenschutz. Hier vorne schützt das ganze Fahrzeug natürlich auch von der Seite, wie es der Name schon sagt. Der Schwellerschutz einmal hier wie bei der Max, weil wir haben ja den langen Radstand. Hier sehen wir auch nochmal die reflektierende Folie, auch mit dem Feuerwehrschriftzug. Hier oben nochmal das Handy-Symbol mit der 112, dass auch jeder weiß, was für eine Nummer erwählen muss, falls denn es wirklich mal zu einem Notfall kommen sollte. Und natürlich auch hier hinten an der Britsche die reflektierende Folie und hier hinten einmal an den Verzurrhilfen, was natürlich auch in erster Linie zur Verzurrung der Ladefläche oder der Ladung dient. Und auch als Schutz nochmal für die Ladefläche, wenn ihr wirklich im Gelände unterwegs seid, unabhängig davon, ob ihr jetzt einen Feuerwehrumbau habt oder ob ihr eine Drexter nutzt für den Jagd- und Forstbetrieb, was natürlich auch irgendwo der Haupteinsatzgrund der Fahrzeuge ist oder der Haupteinsatzort der Fahrzeuge. Schützt der Schwellerschutz und natürlich auch hier der seitliche Karosserieschutz vorne wie hinten einmal das Fahrzeug ringsrum, was ich euch auf jeden Fall im Gelände empfehlen würde. Wenn wir jetzt hier die Ladefläche haben, ihr seht, hier ist auch nochmal ein Aufbau drauf. Dazu kommen wir jetzt aber auch gleich. Brauchen wir diese hier auch, nämlich, dass wir auch einfach auf die Ladefläche kommen können. Vorteil bei einem Pro-Fahrzeug ist ja, wir haben den Radstand von der Max-Version. Max-Version bedeutet ja Sechssitze, sprich Doppelkabiner, drei Sitze hinten, drei Sitze vorne. Hier haben wir natürlich keine Max-Version, sondern die Pro, sprich nur in Anführungsstrichen die drei Sitze vorne und hier trennt das Ganze dann Fahrgastzelle und Laderaum. Wir haben allerdings bei der Pro hier die Klappe, die können wir aufmachen und dann haben wir praktisch den Fußraum von der Max-Version hier als Ladefläche und ihr seht, wir können da einmal komplett durchgucken, das Ganze wirklich durchgehend ohne Trennwarten dazwischen, sprich ihr habt hier auch wirklich sehr, sehr viel Lademöglichkeit hier unten. Wenn wir einmal ein bisschen nach oben filmen, sehen wir auch dann die ganze Hardware vom Feuerwehrumbau, hier einmal die ganze Elektrik verstaut, auf der anderen Seite drüben auch nochmal das Ladegerät integriert, so dass wir das praktisch einfach nur noch in die Steckdose stecken müssen, aber das zeige ich euch später genauer. Jetzt haben wir hier einen LinQ-Werkzeughalter und haben hier die LinQ-Vorrichtung. Zum Vergleich, so sieht das Ganze aus, wenn das serienmäßig kommt, hier einmal die vier Löcher und das Ganze ausgefräst. Hier passt dann dementsprechend auch der LinQ-Halter rein und der Werkzeughalter ganz easy, einfach rein, 90 Grad verdrehen, den ganzen Kopf hier könnt ihr natürlich auch nochmal drehen, 360 Grad und hilft einem natürlich dann dementsprechend auch um Werkzeuge zu transportieren oder wie in dem Fall, das Ganze hier oben können wir einmal klappen, wie einmal in diesem Fall einmal hier den Besen montiert, was natürlich die Feuerwehr auch irgendwo ein bisschen braucht, wenn es dann mal einen Verkehrsunfall gegeben hat, um das Ganze zu säubern. Genauso wie die Schaufel hier und es hebt auch wirklich bombenfest, also ihr braucht da gar keinerlei Gedanken machen. Wir haben bereits schon mal ein Video vorgestellt, wo wir einen Hammer an die LinQ-Werkzeughalter gehängt haben und sind damit auch gefahren, also ihr braucht euch da gar keine Gedanken machen. Der Gummizug hier hält wirklich das Werkzeug dementsprechend bombenfest. Irgendwie müssen wir natürlich auch auf die Ladefläche kommen. Jetzt haben wir hier eine Ladenflächenerweiterung, eine Ladeflächeerhöhung. Wenn wir das Ganze nach oben klappen, wird es sowieso relativ schwierig, da hochzukommen. Deswegen haben wir natürlich auch in irgendeiner Art und Weise diese Kippfunktion. Und ihr seht hier einmal einen Tritt an den Spellerschutzrohren. Da kann man natürlich draufstehen. An den Verschraubpunkten von der Schiene hier kann man natürlich auch draufstehen. Und so kommt man dann ganz easy auf die Ladefläche mit einem Fuß hier drauf und schon könnt ihr problemlos auf die Ladefläche. Und jetzt haben wir hier natürlich, wie vorne auch, einmal Arbeitsscheinwerfer verbaut, einmal auf der rechten Seite und, Entschuldigung, auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite. Ihr seht jetzt das Ganze etwas verdreht. Das ist gar kein Problem. Hier die Bügelschraube aufgemacht und schon können wir das wirklich hier einmal komplett einstellen. Je nachdem, wo wir das Licht gerade brauchen. Machen wir es nach unten, haben wir natürlich perfekte Ladefläche, Ausleuchtung, wenn wir hier mal tatsächlich Personentransport durchführen müssen. Diesbezüglich auch die Airline-Schienen. Dazu kommen wir jetzt aber mal ein bisschen genauer. Die Ladeflächenerhöhung haben wir natürlich im Heck des Fahrzeugs auch. Das Ganze einmal zum Aufmachen. Dazu muss einmal hier der Riegel auf die Seite geschoben werden und schon öffnet sich das Ganze wie eine Tür. Ihr könnt das natürlich beim Fahren auch problemlos offen lassen. Dazu kann man das einmal auf der Beifahrerseite und natürlich auch auf der Fahrerseite hier über diesen Gummizug einmal befestigen und schon bleibt das ganze System natürlich beim Fahren auch offen. Das Ganze können wir natürlich auf der anderen Seite auch machen. Die Heckklappe natürlich zum Öffnen. Bei den Pro-Modellen, bei denen sprich mit der langen Ladefläche öffnet sich das Ganze einmal über den Verschluss links und rechts. Bei den kurzen Modellen haben wir einmal hier das BAP-Zeichen und auch den Griff, wo wir dann die Heckklappe praktisch zentral öffnen können. Jetzt seht ihr schon, wir haben hier auf der Ladefläche einmal ein Airline-System nachgerüstet. An der Stirnseite das Ganze auch. Dies soll zum Personentransport dienen. Keine Angst, ich hoffe nicht, dass die Feuerwehr die Person einfach auf die Ladefläche legt und sie mit einem Spanngurt festmacht, sondern es gibt da eine Schleifkorbtrage dafür. Das Ganze wird dann die Trage über die Airline-Schiene oder über das Airline-System befestigt. Dahinten, wo sich der Spanngurteimer befindet, wird einmal das Kopfteil der Schleifkorbtrage befestigt und die Person auf der Schleifkorb trage. So kann natürlich auch die Sicherheit der Person garantiert werden, wenn das Fahrzeug sich im Gelände bewegt und auch mal etwas zügiger fährt. Was darf für eine Feuerwehr nicht fehlen? Natürlich ein Feuerlöscher. Das Ganze natürlich auch integriert im Fahrzeug. Darüber befindet sich auch noch mal ein zusätzlicher Kehrbesen. Die Schaufel habt ihr ja bereits gesehen. Und dann gehen wir auch schon auf die andere Seite. Das Heck wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, bevor wir uns auf die Fahrerseite begeben. Hier haben wir natürlich auch den einen oder anderen Umbau vorgenommen. Wir haben hier einmal den Heckramschutz mit auch den zusätzlichen Spritzlappen. Das Ganze natürlich auf der Beifahrerseite auch. Einmal die Rückfahrkamera zentral nachgerüstet. Unmittelbar darunter befindet sich einmal der Kennzeichenhalter mit Nebelschlussleuchte, 13-Polyga-Steckdose und Anhängerkupplung. Auf der linken sowie auch auf der rechten Seite haben wir einmal die Heckblitzer. Wenn wir das Blaulicht später einschalten, werden wir euch das Ganze auch noch zeigen, weil hier bei dieser Blaulichtanlage haben wir auch die ein oder andere Besonderheit. Wir haben hier einmal ein Kabel, das aus dem Fahrzeug herauskommt. Warum ist das so? Wir können das Fahrzeug einmal direkt an den Strom hängen. Nämlich haben wir hier ein Batterieladegerät integriert, das direkt an der Batterie eingeschlossen wird. Der 230 Volt Stecker muss dann praktisch nur noch in die Steckdose. Das Batterieladegerät befindet sich hier einmal auf der Fahrerseite schön versteckt. Natürlich immer frei zugänglich, dass das Fahrzeug praktisch immer 100 Prozent vollgeladen ist, sobald die Feuerwehr mit damit in den Einsatz muss. Die Ladefläche hier können wir natürlich auch einmal kippen. Das funktioniert über den Hebel hier oben an der Stirnseite natürlich von der Beifahrerseite und natürlich auch von der Fahrerseite aus. Direkt unmittelbar unter der Ladefläche befindet sich einmal das Herzstück. 1000 Kubik, zwei Zylinder, 82 PS brauchen wir natürlich hier, um das Fahrzeug dementsprechend durch Gelände durch zu bewegen, wo vielleicht ein normaler PKW oder vielleicht sogar ein Fußgänger eben nicht mehr laufen kann. Dazu haben wir natürlich durch den Dragster zuschaltbaren Allrad, Untersetzung und ihr kommt eigentlich so gut wie überall durch. Was haben wir noch verbaut? Wir haben hier bei mir auf der Seite einmal eine Zusatzbatterie verbaut, denn das Fahrzeug hat natürlich elektronisch sehr, sehr viel Zubehör bekommen. Eine Fahrzeugbatterie allein würde zwar ausreichen, dadurch dass wir hier halt dementsprechend relativ viel Spannung haben und es natürlich auch rund um die Uhr funktionieren muss, selbst wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, sprich Klemme 30. Die Blaulichtanlage zum Beispiel muss ja dementsprechend auch funktionieren. Deswegen einmal die Zusatzbatterie natürlich auch mit Überspannungsschutz. Die Zusatzbatterie wird automatisch mitgeladen, entweder über das Batterieladegerät, was ich euch gerade eben gezeigt hat oder sobald das Fahrzeug läuft, wenn das Fahrzeug eine höhere Leistung als 13 Volt bringt oder das Batterieladegerät, je nachdem, wird automatisch die Zusatzbatterie mitgeladen. Fällt das Ganze unter 12,7 Volt, schaltet sich die Zusatzbatterie automatisch ab und dementsprechend würden die Verbraucher auch nicht mehr funktionieren. Das ist einfach der Unterspannungsschutz, dass man sagt, okay, alles klar, selbst im Notfall kann das Fahrzeug auf jeden Fall noch gestartet werden. Wir haben hier einmal den Funk verbaut, einmal den Handfunk, wo wir natürlich hier auch dementsprechend rausnehmen können. Somit könnte es die Feuerwehr dementsprechend auch extern vom Fahrzeug benutzen. Hier oben natürlich für den Fahrer und für den Beifahrer jeweils ein Funkgerät mit Ladeschale. Hier vorne haben wir dann einmal dementsprechend einen Tablethalter, dass die guten Leute auch wissen, wo sie hinfahren müssen. Falls sie das Ganze mal nicht dabei haben sollten, haben wir hier einmal ein Rescue Track nachgerüstet. Das ist einmal komplett vernetzt mit der kompletten Feuerwehreinsatzzentrale. Funktioniert natürlich auch Navigation, die Rückfahrkamera wird hier einmal drauf eingeblendet. Sie können sich anzeigen lassen, Einsatzort wo, wie, warum, was passiert ist, wie viele Beteiligten, welche Feuerwehrfahrzeuge fahren denn da gerade aktuell noch hin. Also das Ganze wirklich einmal komplett vernetzt mit der Feuerwehr unter sich. Wir haben hier natürlich ganz klar, die Feuerwehr darf im Winter natürlich auch im Einsatzbereich nicht frieren. Deswegen einmal eine original Can-Am Heizung verbaut. Dann haben wir hier ganz klassisch das Zündschloss, daneben die original Schalterbelegung von Can-Am Allrad, zuschaltbar, natürlich die Differentialsperre hinten. Einmal hier das Menüpad für das Kombi-Instrument, sprich den Tacho. Einmal die Bergabfahrhilfe und einmal die Spotlights. Einmal für die vorne, die ich euch schon gezeigt habe, die RAM-Leuchten und die Heckleuchten. Dann praktisch einmal die oben auf dem Dach. Ihr habt gesehen, wir haben einmal Frontblitzer, Heckblitzer und natürlich auch eine Blaulichtanlage auf dem Dach verbaut. Das Ganze muss natürlich auch dementsprechend bedient werden können. Und zwar haben wir hier einmal das HBE 300. Die Steckplätze hier in diesem Fall sind kundenspezifisch wählbar. Also heißt nicht, dass immer oben links das Blaulicht sein muss oder direkt daneben das Martinshorn. Wir können hier wirklich einmal alles selber wählen. Aber wie gesagt, hier links einmal Blaulicht, rechts einmal davon das Martinshorn. Die Front steht hier. Es ist einmal die Ausleuchtung dementsprechend in der Vorderseite statt Landumschaltung ist einmal für das Martinshorn. Das wäre ein Schalter, wenn das Ganze über einen Kompressor bedient werden würde. Wir haben hier aber ein elektronisches Martinshorn. Hier haben wir einmal die Beleuchtungsanlage rund um das Fahrzeug. Und hier können wir uns einmal durch das Menü durchseppen. Das zeige ich euch aber auch gleich mal, wie das Ganze nämlich von draußen aussieht. Wir haben hier im Innenraum nämlich noch was. Und zwar muss für die Feuerwehr immer alles einfach und leicht zugänglich sein. Dementsprechend auch hier die Sicherungsleiste von uns, wo wir das Ganze natürlich auch dementsprechend beschriftet haben. Wir haben hier Sicherungen wirklich für jede Art. Einmal die Spotlights, die Nebelschlussleuchte muss natürlich auch separat abgesichert werden. Die LED-Bar, was sich im vorderen Bereich befindet, die Blaulichtanlage, das Rescue Track, die Kamera. Also alles praktisch, was man zusätzlich nachgerüstet hat, wurde hier dementsprechend natürlich separat und einzeln abgesichert. Wir haben hier natürlich auch noch weitere Unterschiede. Einmal haben wir hier Klemme 15, sprich Zündungsplus. Sobald das Fahrzeug läuft oder das Fahrzeug an ist, haben wir ja Klemme 15. Klemme 30 haben wir ja permanent, was von der Batterie kommt. Und hier unterscheidet sich das Ganze natürlich auch. Die Blaulichtanlage zum Beispiel hat eine Sicherung für Klemme 30 und für Klemme 15. Wir haben eine Klemme 30 für den Unterspannungsschutz. Wir haben eine 15 Ampere Sicherung im Bereich Unterspannungsschutz. Wir haben die Blitzer. Wir haben das Rescue Track nochmals separat mit Klemme 30 abgesichert. Weil ihr seht ja, das Gerät ist immer an hier. Ihr seht es vielleicht hier oben relativ schlecht, aber hier leuchtet auch ein grünes Licht. Bedeutet, die Handfunkgeräte dementsprechend wären auch bereit und vollgeladen. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, auch das HBE 300 ist permanent an den Strom angeschlossen. Genauso wie die Adalit-Lampen, die wir hier verbaut haben. Einmal hier natürlich auch mit Halterung, dass die natürlich auch permanent geladen werden. All das ist über Klemme 30 angeschlossen, dass es wirklich rund um die Uhr funktioniert, dass man sich keine Gedanken machen muss und deswegen auch die Zusatzbatterie, den Unterspannungsschutz, falls das wirklich mal unter 12,7 Volt fallen sollte, dass da auf jeden Fall das Zubehör die Hauptbatterie nicht leer zieht. Deswegen auch das externe Ladegerät, wo man dann einfach sagen kann, okay, Einsatz beendet, Fahrzeug kommt wieder in die Halle. Erste, was man macht, Ladegerät anschließen. Die Blaulichtanlage wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Martinshorn machen wir jetzt hier drin nicht an. Wir würden unser Gehör ganz gerne noch ein bisschen behalten. Aber das Blaulicht macht dementsprechend natürlich auch kein Geräusch. Deswegen schalten wir das jetzt einfach mal an. Ihr seht oben auf dem Dach in der Fahrzeugfront natürlich links und rechts die Sputnik-Blitzer, die wir hier verbaut haben. Das Ganze natürlich auch dementsprechend im Heckbereich. Eine Besonderheit hier bei dieser Blaulichtanlage, wir schalten es gerade mal kurz wieder aus, und zwar wollte die Feuerwehr dementsprechend eine blau-orange- oder gelb Umschaltung haben. Das wäre jetzt einmal praktisch hier, gerade wenn man Straße absperrt oder wie auch immer, die Feuerwehr diesbezüglich wollte hier das Ganze wirklich blau-gelb Umschaltung. Das Ganze natürlich auf dem Dach sowie die Sputnik-Blitzer im Frontbereich bzw. im Fahrzeugheck. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den Arbeitsscheinwerfern. Und zwar oben am Blaulichtbalken können wir einmal die Arbeitsscheinwerfer im vorderen Bereich einschalten. Wir können die Arbeitsscheinwerfer natürlich auf der rechten Seite einschalten vom Fahrzeug oben am Blaulicht, dass man das Ganze natürlich auch dementsprechend ringsrum ausleuchten kann. Und das Ganze natürlich auch hinten funktioniert selbstverständlich auch auf der linken Seite. Also wir können hier wirklich einmal die komplette Beleuchtung dementsprechend rund um das Fahrzeug anschalten. Man könnte jetzt sogar noch hergehen und könnte sagen, okay, was können wir beleuchtungstechnisch noch anschalten? Wir schalten einmal doch die RAM-Leuchten, die Suchscheinwerfer hier vorne an, was natürlich im Heckbereich genauso funktioniert. Die Osram-Leuchte im vorderen Bereich können wir noch einmal zuschalten. Also hier beleuchtungstechnisch das Fahrzeug wirklich komplett ausgeleuchtet und auch dementsprechend sehr gut versorgt. Das war es jetzt auch leider schon wieder mit dem Video über die Drexta HD10XU Pro mit dem Spezial-Feuerwehr-Umbau. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einmal den Kanal abonnieren, das Video liken, kommentieren. Ihr wisst mit Sicherheit, wie es funktioniert. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.